Hm, ich hab grad mal geguckt, hier sind, ich glaub, wie viele Spieler sind da drauf? 40 jetzt, mittlerweile? Ja, kommt hin. Wir sind drauf gejoint, da waren, wie viele waren da drauf? 10? 17, 17. Ja, warum nicht, ne? Dann sind's fast 40. Dann wechsle ich doch mal ne DMR. Das dauert das doch gar nicht langer mit Loading und so. Kann ich mir vorstellen, deswegen ruckelt das wahrscheinlich auch die ganze Zeit so bei mir. Ist alles unsere Abonnenten! Weil wir auch 19 haben. Haben wir echt? 19, ja. Oh, ich bin in Elektro-Gespawn auf einmal, weil ich nur in Kummer rum. Find ich cool. Vielleicht ist Kummer-Rum nicht bei Elektro-Rum? Ne, ist nicht. Sieh, als würde ich grad ein Auto langfahren. Schhhh, so wfff. Jaja, so hören sich bei mir Autos an. Oder soll das der Wind sein? Wie viel wetten wir, dass ich gleich verballert werde? In Elektro? Wann? Ach, die Zelte hatte ich ja schnapp gecheckt. Wie lange. Tier 300-Rum, wie lange. Also hoffe ich, das funktioniert. Wie lange. In Elektro ist alles woanders zu sein, oder? 온,olin? Das ist lange. Wie lange. Wo ist das? Solltet ihr da mal wieder was im Hintergrund hören, das ist mal wieder mein Laptop, der sich gerade übelst abquält. Pff, was geht denn hier, ey? Hm. Ohne Angst, Kurt. Oh, der ballert jemand. Ah, das 50er Saison gehört, Alter. Nein. Die echt so angenehm wie eine A50 gerade. Hoffentlich finde ich den ballert, dann gebe ich ihm eine Axt in den Kopf. Ja, Mann. Von ihm anschleichen würde bestimmt gehen. Alter, wieso habe ich denn die ganze Zeit so komische Fehler hier in meinen Bäumen? Die blinken, als wäre Weihnachten. Wenn der das nicht checken würde, dann komme ich von den anderen. Überall blitzer Punkte in meinen Bäumen. Guck mal, ob man das in der Aufnahme dann aussieht. Das ist voll gay, Mann. Ich, äh, rejoin mal eben. BG, Leute. BG, Leute. BG, warum BG? BG, ach, äh, WB, what the fuck. Jetzt weiß ich mein Waypoint wieder nicht. WD. W, G, B, 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 G. Ja, da. Ach, egal, fick dich. Halt's Maul. BG, bis gleich, Leute. Ja, Mann, lass mich. Ach, Zombie, leck mich doch, Mann. Leute, ich habe vorhin meine Klamotten gerade schenkt. Fick doch die Ziege. Ja, Leute, ich habe mich eben, äh, beginnt der Aufnahme unterbrechen und hat sich mein DayZit-Charakter schnell umgezogen. Glaube ich wenigstens. Glaube ich jedenfalls. Ich hatte, glaube ich, nämlich eben noch eine graue Weste an. Warum steht ein Zelt? Schüss, lass, 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 lass. Was? Warum steht ein Zelt? Jetzt komme ich gleich mit so eine übelste Hackerbase rein. Dann würde ich mir erstmal übelst einen abfeiern. Ich feiere meinen ab, wenn da oben aus dem Zelt drin ist. Egal was. Einfach nur ein Zelt für nur was. Das ist gleich hier zwischen der Sniper daneben. Also diese schwulen, diese schwule leuchten in den Bäumen ist auf jeden Fall weniger geworden. Das sieht immer noch aus wie Weihnachten, Alter. Oh, wer hat halt jemand? Ich weiß nicht, ob auf mich oder... Alter. Boah, auch nichts zu rennen, ey. Oh, da ist jetzt einer mit Glee. Echt? Ja, der hat eine AS-50, der hat eine AS-50, der hat eine AS-50. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Der ist hier ausgelockter Wichser. Der ist hier ausgelockt. Vielleicht lockt der sich nicht wieder ein. Ich würde gucken, ob irgendwer hier... Da ist einer im Menü. Nicht nur einer, zwei Stücks sind im Menü. Weißt du, wie der hieß? Der ist komplett rausgegangen, ja. Der ist komplett raus. Ach, schade. Der hat eine AS-50 gehabt, ey. Scheiße. Das wäre geil gewesen jetzt, ja. Ich bin der erstmal dran Sniper und dann blablabla. Fuck. Glee-Suit, alles. Hm, nur noch drei Kilometer laufen. Yay. Schau, woher sind wir jetzt wiederkommen? Scheiße. Guck dir mal diese scheiß Schatten an. Das ist so richtig gay. Deswegen spiele ich eigentlich immer ohne Schatten. Jetzt habe ich nämlich wieder gar keinen Schatten. Hä? Und jetzt habe ich wieder... Hä? Das ist so dumm. Guck dir an. Schatten? Kein Schatten. Das ist so richtig gay. Ach, Mann. Da hatte ich fast einen und der lockt sie aus. Der ist cool. Ich glaube, ich mache die Schatten irgendwann mal runter. Komplett aus. Wie hin die ist, ey. Locken sie erstmal aus. Erstmal zieht das übertrieben viel Leistung. Dann habe ich zwar keine Schatten, aber dafür mehr Leistung ist doch geiler. Müsst ihr immer mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt, Leute. Lecker. Das war jetzt einloggen, der Penis. Ich kriege das mal Axt ins Gesicht. Ich gebe mit der Axt. Muss ich mir mal vorstellen, der hat eine A-S50 und ich gebe mit der Axt. Jetzt haben die Typen oder die Leute, die Zuschauer, haben jetzt hier erstmal drei Parts nur rumgelaufen. Auch was Spannendes, ne? Das ist irgendwie normal in der Zeit, oder? Ja, stimmt. Komm, gib mir eine hele Crashzeit, komm. Mit einer A-S50 und einem Night-Versional-GPS. Ja, alles an einem Fleck, genau. Habe ich schon mal gefunden. Ich will mal die Koordinaten jetzt hier. Ich will mal eine Koordinaten an, wo ich gerade bin. Hey, siehst du doch. Du siehst sie doch auf der Map. Ja, wenn ich mal eine Map hätte, ne? Wo ist denn Novi-Look? Boah, fuck you. Oh mein Gott. Hey, hier liegt erstmal. Hier liegt erstmal ein, äh... Hä? Hier, Leute, ihr seht. Hey, hey, hey. Okay. Hier liegt ein Wildschwein. Ich kann Study Buddy machen. Hey. Kannst du, kannst du immer. Hier habt ihr gerade gesehen, mein Essen hat geblinkt. Ähm... Man kann auch verhungern und verdursten, deswegen sammelt man noch trinken in dem Spiel. Ist ja irgendwie... Logisch. Und ich habe mich gerade gewundert, warum das Schwein da läuft. Weil eigentlich laufen Schweine nur los. Oder Rennen nur los, wenn da... Irgendwas in der Nähe ist. Hier, ein Spieler. Und ich habe keinen Bock jetzt hier vom Spieler weggesnipert zu werden, oder so eine Scheiße. Bevor der mich weggesnipert, snipper ich den lieber weg. Mann, dieser Lauch, Alter, warum hat der sich ausgelöst? Alter, mal seh mal kurz ruhig. Hört der sich gerade an nach einer Leiche. Ja, sterbt dann mal alle gleichzeitig. Hab ich auch gerade gedacht. Stimmt, hat der eine Typ sogar auf mich geballert und hat einfach nicht getroffen, sonst soll ich wetten. Guck mal hier, Leute, jetzt ist das Schwein da. Läuft normal, jetzt läufe ich auf das Schwein zu. Und es rennt. Und das fängt eigentlich nur an zu rennen, wenn ein Spieler in der Nähe ist. Und ich war halt nicht nah genug dran, dass es durch das Losrennen durch mich ausgelöst hätte sein können. Tun, 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 tun. Alter. Scheiße, Alter. Das wäre geil, wenn jetzt ein Spieler wäre. Hätte ich mal ein bisschen Action hier. So, du läufst in die ganz andere Richtung. Oh, sei doch ruhig jetzt, Alter, das ist doch richtig unnötig, diese Stimmenveränderung, ey. Hat auch noch geklaut. Bei dir ist immer alles geklaut. Ne, das hab ich ja nicht gesagt. Traur hat das gesagt. Trotzdem ist das nervig ein bisschen. Oh Gott, hier ballert einer immer noch. Boah, diese scheiß Soundgeräusche, ne? Soundgeräusche, mhm. Mit einem AF50 Schuss, glaube ich. Das steht ja wahrscheinlich im anderen Wald. Ne, der ist nicht auf dem Server, ich weiß ja ungefähr, wie der hieß. Ich bin ja direkt vor dem, Alter. Loll. Aber wie fett ist die Kuh denn? Hast du gerade gefiffen? Ja. Oder war das bei dir im Hintergrund oder so eine Scheiße? Das war bei mir im Hintergrund. Ich dachte gerade, lol. Ach, ich bin auf Altar. Ich will gucken, ob der Ding jetzt nicht da ist. Wie heißt das Ding noch? Wartet. Das wäre geil, wenn der jetzt da wäre. Was ist das auch? Kennst du da auf dem Server alles repariert? Nein, das war der nicht, immer noch nicht. Du, Junge, ich bin doch gerade ausgelockt, du Mongo. Ja, ich auch, und da stand das nicht. Klar stand das da. Ja, komm, sag ruhig. Ach, sterben. Geht so ein schönes Sniper, einer Feuerwache, der da rumsitzt. Hm, WorldSit steht nicht da. Das ist hier im Glauben schon. Geht doch mal das Sterben, ganz ehrlich. Lasst mir doch mal ein Fährzeug. F-Fährzeug, genau. Hm, hm. Lasst mir doch mal ein Fährzeug. Aha, ich sehe auf jeden Fall schon, wo die Zombies hinlaufen. Da laufe ich jetzt auch hin. Soll ich? Mach doch, du hast doch eh nix. Doch, na, Axt. Ich geb den. Das ist hier ausgelockt, das ist ein Lauch, ey. Okay, wenn er sich gleich wieder einloggt. Ich weiß hier schon, dass er da ist. Ich will jetzt ein Fahrzeug, ich will jetzt ein Fahrzeug. Wieso steht hier ein Zaun im Wald? Das ist ja richtig geil. Da ist der Spieler, Marco heißt der. Das ist richtig geil. Oh, Junge, du bist voll am Rauschen, was ist bei dir? Ich hab'n roten Ping. Ich auch. Trotzdem bist du voll am Rauschen auf einmal. Da entsteht noch ein Typ, der denkt was anderes. Der verblutet gerade. Der ist schon tot, cool. Fuck, 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 fuck. Oh, no. Verpisst dich, Zombie. Oh, ich bin am Bluten. Ich bin ein Fick, dich toll. Nein! Da war der. Haha. Der saß in der Schule und wie abgeballert bin, Gillesuit. Alter. Mit was? Ich hab' mich kaputt, weil sie nicht. Er hat immer geschossen, und ich war tot. Ah, 50. Alter. Er hat einmal auf mich geschossen, und ich war tot. Hm, One-Shot. Ich wollte mich gar nicht beantworten, und ich war mal bei das, ja. Haha. To Billy, ey. Haaa, du bist gestorben! Du bist voll scheiße. Ich bin voll cool. 36 Leute, ja. Mach doch mal noch ein Bissau mehr. Bissau mehr. Bissau mehr. Bissau mehr. Scheiße, ey. Ich hoffe, der ist noch mal hin. Ich bin noch mal in Elektrospawn. Marco war auf jeden Fall auch in Elektromarko. Mitchell ist auf. Ich muss aber hören, ne. Fuck. Ich bin tot. Zombie-Soldier. Mach' jetzt hin, ja, nur Hissling-Spiel. Oh, das ist halt was, wie zu voll, Alter. Hm, der ruckelt auch ziemlich. Das dauert Ewigkeiten. Das ist heftig, ne. Mach' gleich ein etwas leererer zu. Können wir gleich machen. So, was haben wir denn hier? Äh, M10. Äh, M107-Munition. Geh, 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 geh. Haben wir nochmal M107. M107-M1. Hm. Mach' jetzt. Spiel. So. Jo, ko, ko, ko. Das, glaub' ich. Ne, noch nicht. Da geht's. Ich.. Knopf. Loh, na. Ihn, drei.